Zum Beispiel, ich sag dir auch ganz ehrlich, für mich gibt es nichts besseres als schöne, das geile, richtig geile, weiße Fußnägel. Gucken wir mal in die Augen. So in etwa. In etwa, ja. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Felix, wenn du Tier wärst, welches wärst du dann? War ja doch gar nicht fertig, irgendwie mit meiner Frage jetzt hier gegenüber.